Oh, mega kreativ sowas. Oh, ein Murmellabyrinth. Oh, zwei Murmellabyrinth. Und eine Maus. Oh, doch. Was? Ey, ich will da rein. Warte. Okay. Maus will da rein. Was? Was muss ich machen? Müssen wir erstmal hier hin? Achso, wir müssen den erstmal überhaupt in das andere Ding da reinkriegen, wahrscheinlich. Den Ball. Dann wird der hochgeschoben. Äh, zack. So, jetzt können wir hier das Gericht verlagern. Oh, oh, oh. Runde, Runde, Runde. Genau. Rechts nach links oben. Yes. Rechts komplett rüber. Hier, ganz an die Wand. Nice. Easy. Mit Profis. Ja, das ist ja auch richtig easy hier. Ja. Vor allem bei, oh. Sieht böse aus. Piep. So. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen mega. Ja. Na ja. 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 Auch nur hier bis ans Ende durch. Gegen die Wand. Dann hier gegen die Wand. Okay. Super easy. Ich war nicht weit genug drüben. Das ist eigentlich ganz geil. Hier an der Wand entlang ist eigentlich so. Oh, hier sehe ich. Ich bin da rausgesprungen. Deswegen. Warum tust du das? Es war nicht mit Absicht. Warte. Nicht so weit oben. Genau. Eher so schräg runter. Und hoch. Aber links hoch. Genau. Zack. Abgemobelt. Warte. Oh, Patz. Da kommt der Käse. Ah. Da wird sich auf einmal stark. Sklavenmaus. Sie kommt doch nicht an den Käse. Das ist gemein. Mach die los. Arme. Bin ich der Kleine hier? Ja, komm her. Geht nicht. Es geht nicht. Ah, ja. Okay. Ja, ja. Kann man machen. Eins. Drei. Oder drei. Oh Gott. Wir sollten gleichzeitig laufen. Das ist doch gemein. Perfekt. Ja, easy peasy. Hier habe ich lieber als andere. Okay. Habe ich verkackt? Ja. Nee. Ich habe einen guten Spot gefunden. Äh. Falsch. Falsch. Du hättest ja daran an der Wand hochspringen müssen. Klick, 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 klick. Du schaffst das, Marco. Glaub an dich. Ich glaube nicht an mich. Oh. So. Holz und gelb. Genau. Zack. 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 Und obendrauf. Genau. Und jetzt ist ein Hängeding auf der Linken Seite. Dank rüber. Ah, Hängeding. Hat er ein Geding. Weil das macht du jetzt hier. Hat er gedenkt. Ah, jetzt können wir runter. Perfekt. Oh, wo bin ich? Aha. Pull me finger. Ach so, pull me finger. Pull me finger. Pull me finger. Oh, ein Furz küssen. Da können wir aber auch eigentlich hier rumfurzen. Ach so, warte mal. Hä, die Furze von alleine. Warte nochmal. Ne, hä? Ah, okay. Den Finger gepullt. Hä? What? Muss ich ihn nennen? Ach so. Ah, gut. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Erstmal auf den. Zack. Dann warte. Warte. Jetzt. Bis. Komm schon. Ah, jetzt bist du dran. Jetzt ist alles cool. Bisschen warten. Das ist ja noch mal bei dir. Erst brauchen wir den. Randrück. So, warte. Zahn. Und dran. Ein bisschen hängen lassen. So, jetzt hängst du dran. Jetzt hast du Zeit. Ich hab noch mal gesagt. Lass ihn hängen. Dann lass ihn fahren. Ich lasse immer einen hängen und fahren. Ach, Mann. Oh. Fälle. Auf die Stelle kommen Wasserfälle mit Bälle. Auf alle Fälle. Obwohl die Fälle hattest du schon. Fälle auf Fälle hab ich schon. Aber Fälle mit I. Ah, oh. Was? Oh. Der hat auf uns beide gewandt. Oh. Hm. We do. Was ist das hier für ein Ding? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gorilla Pound? Nee, Ground Pound. Ground Pound? Ja. So Können wir noch mal crouchen Air dash Wie kann ich denn noch mal crouchen? Achso, man muss das machen Was da abgebildet ist oder was Ah, so Willst du Jump to the Times? Wie kann man denn crouchen? Äh, auf B So So, einen mache ich jetzt noch Alles gut Ich will mich eigentlich noch mal den Jump to the Times haben Na gut, der bleibt nicht Wenn wir es hier noch zudrehen Ventilier hier schon mal ein Zug Ja, ja Ups, in der Kanne Booty, ja, ich hatte Spaß und du hast Arbeit gemacht Geh mal Ich hab Spaß und du arbeitest Oh Cool Oh, lass uns was zeichnen Das muss ich machen Oh Gott Das ist ein Schwert Können wir zurück Wir können löschen Hallo, unser Kunstwerk Hallo Achso, ich gucke die ganze Zeit auf den falschen Bildschirm Dann kam mir auch nichts an Und dann sind wir denn Achso, ich kann hoch und runter, oder was? Ja, ich kann irgendwie schräg Oder hast du heute auch gedrückt Währenddessen Hör mal auf Mach mal Ja 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 Okay Ich kann zur Seite Gut So Ich bin schon mal aus in der Burg Oder irgendwas in die Richtung Was ist das? Ich weiß es noch nicht Elefant mit Schluss 10 Elefant mit 2 Stoß Also korrekt Anatomisch ist das korrekt Wollen wir dem eine große Nase Aber jetzt für den vor den Pyramiden Elefant vor den Pyramiden Es wird ein Landschaftsgemälde Achso, ja, ja, klar Und das ist so eine Seitenzeit Guck mal, ist das Himalaya? Oh ja, sehr gut Okay Ich denke, unser Kunstwerk ist vollendet Ich glaube auch, also Wunderschön Besser wird es heute nicht mehr Zack In den Frosch Barz Es ist schon verdammt schwierig Damit was zu zeichnen Wenn man das alleine macht Ja, definitiv Ich habe schon mal Kunstwerke gesehen Die wurden auf diesen Dingern gemalt Wo man sich mir denkt Ach du, krasse Sache Hier, Krokodok ist das doch Das ist der Krokodok Der Krokodok Sieht aus, doch Passt gut auf Aua Das war der Fall Auf ihnen sitzen Affen Du bist dran Das war gar nicht Krokodok Ah Der hier Aha Okay Aha Der Krokodok Ich hätte es einfach nicht nehmen sollen Ach, was ist denn das hier Ach, was ist denn das hier Dass man das noch kennt Mit diesem Das ist der Krokodok Der Krokodok Na klar, sowas bleibt hängen Ja, die wichtigen Sachen Die vergisst man Genau Es ist wie mit hier Ähm Was war das noch mit der Affen Äh Ja, der klatscht Oh, es Affen Alarm Zieh die Schäbe raus Doch, pass gut auf Auf ihnen sitzen Affen drauf Dieser komische Baum Wo man diese Affenstäbe rausziehen kann Okay, ich glaube ich weiß was du meinst Aber der Soundtrack ist mir absolut nicht in den Kopf geblieben Super Ahsoka Ach, unser Kind halt Äh, bestäubt man das hin Achso Was, was muss ich nach Ich glaube es ist Timing Achso, oh Gott Hä Wo kommt der denn Ich kann es nicht hin Ach, da ist er schon Na gut, okay Oh Nein Ich habe erst nicht verstanden, was ich mache Das ist unfair Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss Das glaube ich nicht Und Oh 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 Cool Oh Yeah Fuck Oh 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 Gott, du bist immer noch besser als ich Das ist ungerecht Das ist ungerecht So Ja 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 Bist es platzack Dann wo ist der Hammer Oh Oh Oh, wir dürfen jetzt auf den Bauch springen Oh nein Oh 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 Okay Okay Sowas fand ich nie besonders cool Ähm In dem Alter In dem Alter weißt du bestimmt nicht Dass du in dem Alter gesagt hast Nein Mama Das ist Nein Mama Das ist Kleine vierjährige Kind Nein Mama Weil vier Jahre ist schon zu viel glaube ich Das finde ich nicht cool Das gefällt mir gar nicht Der Hase und der Igel und Little Red Riding Hood Das hast du schon cool gemacht Also es steckt ja schon extrem viel einverliert drin Muss man ja sagen Und auch viel Liebe Also wenn die Story nicht so beschissen wäre Story die ganze voll knicken Ich meine es geht Also wie gesagt Wenn man nicht unbedingt gerade dieses Buch da hat Oder die beiden Leute reden hört Finde ich schon die ganzen Also die Eichhörnchen fand ich zum Beispiel geil Ja Die waren super Die haben auch eigentlich nichts mit der Story zu tun Ne also alles was nichts mit der Story zu tun hat Finde ich super Ja ich mochte die Hummeln auch sehr gerne Ja Was hat sie nochmal gesagt Bin ich würdig? Ne was war sie? Ich bin wertvoll Oh nein Fidget Spinner Ja genau ich bin wertvoll Kein Wunder das sie unglücklich ist Ja Oh Gott jetzt sind wir lebende Fidget Spinner Boah Liegen wir damit jetzt? Sind wir jetzt selbst Hummeln? Ne aber wir haben jetzt ähm ein Gyroskop Oha Aha Ah ok Was? Ach wir können aber irgendwo gleiten schon Achso ich muss das in neu laden Aha So ich hab schon mal einen hier zum vorbilden Ah wir brauchen noch andere Farben Wo ich eine andere Oh Gott Einer ist noch oben Da ist noch einer Wo ist denn oben? Heute ist oben Naja du kannst das Rohr ja auch verfolgen Ah ich dachte ich schaff's Bei dem gelben warst du schon? Ja gelb ist ab Oder? Ne gelb musst du machen Stimmt Hab ich dann abgestellt Ähm lila hat es so Achso Ist überhaupt noch rot Ja Achso rot geht da noch lang Äh waren das dann alle? Rot? Ja Ich glaub das Ja ich glaub das Ja der ist vorne vorne am Eingang Ich seh den von hier aus Siehst du es da? Ach da Hier ist auch mal Andern Seite Ich komm da Nimm den Fidget Spinner Was? Ich nutze die Kraft des Spinner Na Yes Wir haben es geschafft Ja Ich warte hier In der Hüpfhöhle In der Hüpfhöhle Wie du da drauf sitzt Ich sitze da wie auf dem Surfbrett Und du wie euer Naruto Run Bringen diese Löcher hin? Echt so ne? Ja ja Wie der Typ mit dem Schuhregner Äh Naruto Nein Keine Ahnung wie die heißen Ich kenne mich mit Naruto nicht mehr auf Ich auch nicht Zu lange her Hab es mal gesehen aber es ist echt lange her Da gab es einen im Schuhregner Ja der ist glaube ich auch so drauf geflogen Wenn mich nicht alles täuscht Echt? Deswegen meine ich das ja auch gerade Ja Kann aber auch sein dass ich mir das einbilde und ausdenke Oh nein Bananas In Pyjamas In Pyjamas Oh wow Das war schlimm Jetzt war echt close Oh der war gut Through the Melons And up up and away Wishi Ja das war easy Hui Haha ich flieg außen rum Hahaha Ernsthaft Hahaha Schubbler 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 What? 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 Flieg da durch Ich überhole nicht Ah Auf einmal ist es doch ein Wettstreit Uhuh Aber fliegen ist wie cooler Quatsch Na gut doch Oh Gott Ich bin tot Ich fahr doch schon drauf Ich fahr doch schon drauf Hahaha Hahaha Oh Gott falsch Ich drück immer X Weil ich das hier ist halt immer blau angezeigt Deswegen drück ich immer blau Ihr verlost die Power auf Fidget Joe Idididi Ohne Koloskopie! Oh no! Oh no! Nein, ins Kaleidoskopie! Oh nein! Koloskopie! Nein! Endoskopie! Ich glaube so selbe! Oh no! We are inside Kaleidoskopie! Oh no! We are inside Kaleidoskopie! Oh god, da kann man runterfallen! Okay! Oh my god! Ich bin schon wieder tot! It's so crazy! It's so crazy! And this is crazy! So, I just met you! And this is crazy! Don't let your brain fool you! Don't let your fool brain you! Oh, I'm out! Oh, I'm out! Oh no! Ich bin schon durch! Ich hab schon durch gespielt! Ja, voll ausprobiert! Muss ich irgendwas machen! Wird dauert das so lange! Woah! Woah! I'm just madwurst! Das hab ich jetzt noch nicht verstanden hier! And this is crazy! Kann ich hier was machen? Irgendwie da oben ist er oder was? Warte mal. Müssen wir hier einen Weg? Ah, wir müssen einen Weg machen. Ah, hier. Warte, warte, warte. Zack. Genau. Ein Weg. Ich geh hier hin und du gehst auf den anderen. Hey. Nein, weiter vorne. Hier, zu uns. Ach so, ich dachte, wir können schon weiter. Nein. Nein, nein, nein. Rechts auf die freie Fläche. Genau, da. So. Ach, das hätten wir auch so geschafft. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, ja. Das ist, was so ein erwachsener Mensch sagen würde. Er würde sagen, Mann, scheiße, wir sind auf dem LSD-Trip. Okay, das war easy. Ich muss nach oben rechts. Rorschach. Schwerer wäre es, wenn man die noch unterschiedlicher, an unterschiedliche Positionen bringen müsste. Weil so ist es eigentlich gar nicht so schwer. Hm. Der andere macht ja eh dasselbe wie du. Nichts für Epileptiker. Äh, was? Äh, was? Was, was, was passiert da? Oh, wir sind im Millennium-Puzzle oder so. Ah, da muss ich ran. Alles klar. Was? Äh. Ähm. Wenn du drückst, drückst du alles? Ah, okay. Achso, da ist aber noch eine blaue Wand hier. Warte, warte, warte. Okay. Kann ich dich auch fangen? Hier wahrscheinlich. Da, ja. Oh, ja, da. Das ist voll pervers. Das ist ziemlich widerlich. So. Ah, jetzt bist du bei mir. Okay. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, ich muss auf die andere Seite. Und. Go for it. Oh Gott. Ah. A kaleidoscope. Na 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 na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, I think I'm gonna throw up. Oh, you're a doll, Cody. You're nothing to throw up. Oh. Told you. Oh, that's Clay. Oh. Weird, doesn't smell. Oh, look. There she is. Das ist der Elefant! Wie haben wir eine Bedeutung? Das ist einfach. Wir müssen nur nach der Magikastelle kommen. Das habe ich gebaut. Du hast eine Magikastelle gebaut? Ja, ja. Du bist nicht die einzige in der Familie, die zu bauen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Und das Ding da drüben? Das wird uns direkt da. Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir einfach vertraust? Ich versuche. Danke. Komm schon! Let's clear the way to the Hancock. Clear the way to the Hancock. Hancock? Was soll nochmal Hancock? 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 Will Smith? Achso, ja stimmt. Das war Hancock. Ne, was bedeutet Hancock nochmal? War das denn? Aber ich habe die Untertitel nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Oh, Mist. Was ist das denn für eine Ding hier? Hm. Ich habe ein Männchen. Oh, ein Flugzeug. Was mache ich mit dem Männchen hier? Warum mache ich ein Männchen? Oh, ich will einen Doppeldecker fliegen. Moppelstecker. Moppelstecker? Kannst du sie hinstecken? Sieht sich so wie es funktioniert. Ich hoffe, es gibt mehr. Willst du mich umarmen? Ne. Achso. OOOOOO! Was? Das ist der rote Baron? Der deptelöp-de-de-de. Ne, der braune Baron. da ist der rote baron es ist egal wer wo steht okay das wäre ein crash gewesen mussten die hin ich habe hier noch eine figur ach so ach jeder ist in anderen die richtung ist auch wichtig ach ihr umarmt euch auch die knutschen sich oh nice hast du den der das geld worked ich habe den geld worker der mit der großen pfeife große pfeife hast du wo kommst du da kommst du wissen wir das ach so der muss hier reingestellt wird hier in das häuschen ding 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 aha zack 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 alter alter noch offen achso mach keinen unterschied ok was haben die hier gebaut kensäge hast du auch so eine geile holzbahn ja ich habe meine holz meine holzeisenbahn ich hatte so viele verschiedene eisenbahn arten also so von von lego von plebo von irgendwas eisenbahn mäßigen von thomas von thomas die lokomotive und dann aber diese holz dinge waren einfach die geilsten die waren echt cool ne die waren einfach wirklich mega 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 stark die habe ich auch immer mit meinem lego verbunden teilweise also auf unserem geilen du hast bestimmt auch so ein teppich gehabt oder mit diesen autos vorgefertigten autostraßen und häusern und so ne ich glaube ich glaube nicht sowas hast du nicht ne ich glaube sowas hatte ich nicht scheiße ich bin mir ich hatte holzbahnen ja ja aber man diese reichen dieser dieser teppich wo dann so die straßen vorgefertigt waren hat das nicht jeder nee das hatten freunde von mir hatten das aber ich glaube wir hatten sowas nie aber ich hatte strax strax ich sag nicht du hattest nie strax ich hatte strax strax sind so ähm ja ich sag mal auch bahnen die du bauen konntest sehr modular ähm und da waren das waren so kleine mini elektroautos ok und da gab es dann immer so verschiedene stationen und verschiedene äh autoskins sozusagen das war richtig modern da gab es schon Skins und was muss ich denn hier machen ach da ach ach ich musste dran ziehen ne kannst du da hinten drauf kann ich eigentlich auch irgendwas machen ne du musst nicht mehr du musst den weg gehen wenn ich hier bewege oder du schock ich hab mich verpackt oh oh das war aber knipp das geht einfach nicht ganz normalen weh ja was fall durch den Kopf Hö mies hä halt gleich nicht